Das Leben ist ein Abenteuer. Kennst du diese tiefe Sehnsucht, dein Leben nach deiner eigenen Vision und voller Leidenschaft zu leben? Wünschst du dir manchmal den Mut und die Bereitschaft, alles dafür zu geben? Der erste Schritt dazu ist dein Vertrauen ins Universum. Dann spürst du, dass alles, was du brauchst, bereits vorhanden ist und dass du alles erreichen kannst, was du willst. Dann weißt du auf einmal, dass es immer einen Ausweg gibt und dass Sorgen um deine Zukunft unnötig sind. Klarheit ersetzt Angst und Unsicherheit. Du willst endlich wieder frei atmen und lebende Gedanken hinter dir lassen? Es ist mir eine Freude, dich dabei zu unterstützen. In meiner Arbeit setze ich voll und ganz auf die individuelle Beratung. So kann ich schnell und effizient auf den Punkt kommen und du bekommst statt allgemeiner Weisheit deine individuelle Lösung. Ich habe mich schon immer mit den Gedanken auseinandergesetzt, wie ich Menschen helfen könnte. Hierzu besuchte ich Seminare über Kartenlegen und Prannerheilung. Schon länger wusste ich, dass ich in der Lage war, Gedanken zu lesen und Kontakte mit dem Jenseits herzustellen. Nun wollte ich mein Wissen und meine Intuition unbedingt für andere Menschen einsetzen. Du möchtest wieder der Kapitän deines Schiffes sein und das Steuerrad fest in den Händen halten? Vielleicht bist du von einem Kurs abgekommen. In einem persönlichen Gespräch erkenne ich, wo du dich gerade befindest. Als dein persönlicher Navigator helfe ich dir, dass du wieder auf deinen Weg zurück findest. Ich helfe dir, deinen Ballast abzulegen, damit du mit freier Sicht nach vorne schauen kannst. Mithilfe meiner Lino-Mont-Karten beantworte ich offen und ehrlich deine Fragen. Ganz egal, ob es um Fragen zu deinem Beruf oder deiner Berufung, zu deinen Finanzen oder um Liebe und Partnerschaft geht. Du willst endlich wieder spüren, wie wunderschön das Leben ist. Du willst mehr Farbe in dein Leben bringen. Du bist bereit für Neues und hast den Mut, dein altes Gepäck loszulassen. Dann ist jetzt das, dass du zur Reise in dein neues Leben aufbrichst. Wie ein Navigationsgerät erkenne ich, wo du dich gerade auf deinem Lebensweg befindest. Ich zeige dir auf, welche Wege du gehen kannst und wie du deine Ziele am schnellsten erreichst. So kannst du wieder voll in deine Kraft sein. Du wirst zum Höchstmagneten und ziehst alles Gute an, was du dir nur vorstellen kannst. Endlich kommst du richtig in dein Leben an und lebst ab sofort dein Leben voller Liebe, Leichtigkeit und Harmonie. Amen.